so dann wollen wir mal hier mit rocket leech ich hoffe mal das gewinnen wir hier endlich mal ist denn da zu viel arena überhaupt ja wunderbar sieht gut aus läuft los jetzt man dränge nicht so ok akum die kappen Komm, vann da. verdammt das gibt es nicht das ist nicht mehr normal heute aber dieser scheiß dreckswirbel da kommt wieder keiner ran sehr schön wunderbar so kann nicht weitergehen okay wunderbar 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 fast fast der 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 Oh Mann ey, fuck Das hab ich ja nicht so schnell gesehen, ey Oh Mann Ach, scheiße, ey Na, kommt doch direkt durchstab, ey Ach, scheiße, ey Ach, scheiße, ey Yes, Alter Wieder alle Chancen offen Okay, ich steh im Tor, also bleib gleich nicht stehen Boah Wunderbar Ja, war nice Am besten gehen noch hin Mit einem Tor, das war ja keine Absicht Oh shit, ey Wurde ich noch aufholen, ey Oh, scheiße, 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 scheiße Das ist so ein Kotzen, diese Funktion, ey Kommt Leute, ran da Ah, gut, ich hab' mich noch mal Keine Chance mehr Erstmal eine Runde, erste Runde, wo wir mal kein Spiel verlieren, ey Wird nie passieren, ey Ah, wird eigentlich eine Puller-Scheiße, ey. Ah ja, das war das Scheiße, ey. Na klar, noch mal ausfallen, nicht so bescheuert aus. Weiter geht's hier. Okay. Schauen wir mal. Los hier, komm, wo bleibt der denn? Okay. Okay, haben wir eh ne Runde verloren, mal gucken, welche gewinnen wir jetzt eh ne. Wunderbar. So, muss jetzt sein, ey. Oh, verdammt. Oh, der war nicht schlecht. Oh, der greift fucking geil. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ne. Ah, hätte ja sein können. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay, ne Ahnung, ob das ein Eigentor war oder nicht ne neue sehen, ey. Alter, was wird denn das hier? Alles gekonnt hier, alles gekonnt, das war nicht knapp. Ah, sieht ja ganz gut aus, ja. Oh, okay, dann wollen wir mal hier. Boah, da oben kommt keiner ran, könnte er vergessen. Ah, war knapp. Ist ja Wahnsinn, ey. Drei, zwei nur noch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist schön zügig hier heute. wo ist er? wo ist er? da... im Tor zu stehen bleiben, das ist immer so ne Sache eigentlich muss man stehen bleiben, wenn man in der Mitte steht weil kann ja sein, wenn der Ball da in der Mitte angeflogen kommt wie das hier zum Beispiel, dann müsste er stehen bleiben weil jetzt der Ball geflogen kommt und dann müsste er noch ankommen naja ach, liegt da drin nein komm 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 boah, ok gut, das warte sehr schön ja ne, danke ey gut gemeint, aber mir steckt nicht ok, wie siehts aus Leute, wollen wir noch ne Runde hier? oder haben sie keinen Bock mehr? na, wollen sie nicht mehr? naja, so irgendeine andere Zeit dauert mir meistens immer zu lange ey bis die Leute da aus dem Arsch kommen ey da warte ich nicht mehr drauf da warte ich nicht mehr drauf mehr die klicken gleich Enter und die lassen nicht ey ich hab da immer keinen Bock ey da so lange zu warten so, letzte Runde hier so, alle drinnen ne, viel nix mehr oh man ey na endlich ey oh, der kam ja direkt zu mir, geil oh, schade oh, schade hätte ja was werden können mal gucken mal die Runde hier auch nochmal gewinnen sehr schön boah rein das Teil rein das Teil und Nava sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön sehr schön, sehr schön oh oh na, das muss noch üben können ey boah, war das knapp ey oh oh, Gott ey gelassend Alter, umkommt keiner ran, Leute da da könnte er machen, oder wird schade ja 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 sehr gut ja 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 er stand vollen weg schade geil geil am besten gehe ich noch in oh schade ja 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 ich glaube das ist gelaufen das ding Oh, was? Das höchste was ich mal gespielt habe bei RocketDicto, das waren 8 Tore insgesamt mal. Jetzt nicht 8 Tore von mir, sondern 8 insgesamt. Der hat bald höchste, weil ich immer zu spät habe. Sehr schön. Mr. Boomer. Na, vielleicht kommen wir noch in 7 Töten. Jawoll, geil. Wie gesagt, 8 Tore war mal das höchste, weil ich jemals, weil ich jemals das Team in jener Runde erzielt hatte, wo ich dabei war. 8 Tore maximal. Das ist schon echt krass, so 7, 8 Tore. Und er macht das 8 Tore. Oh, mein Gott. 8 Tore. Das ist schon echt das Maximum, ey. Gut, dann gehen wir mal raus. Und dann sehen wir uns jedenfalls in der nächsten Runde wieder als Rotary. Bis dann. Vielen Dank.